man kann ihn halt auch nicht untergebrochen oder so schaut euch das an man schaut euch das anschaut euch diese missgeburt alter schaut euch diese missgeburt an er wird dennoch sterben da ist einfach nur traurig er kann mich durch den block durchschlagen was denn los mit ihm aus dass er kein ist das dein fucking ernst es ist der zweite hecker dieser und wer hätte es gedacht wir spielen heute mal kein skywars what the fuck wir spielen ja leute also ich habe ein bisschen an den einstellungen von meinem aufnahmeprogramm rumgeschraubt durch alter ich habe dann so noch helse wann kann ich das jetzt nur stören hier richtig krass gewesen ich weiß es nicht genau ob es jetzt legt in der aufnahme ist jetzt eigentlich die erste aufnahme die ich damit mache und deswegen bin ich gespannt wie das denn so sein wird also vielleicht legt es ich bin noch nicht ganz sicher das muss ich dann einfach alles noch mal in dem nachhinein anschauen ob das denn so passt was macht denn sie jetzt hier oder kann sie nicht nicht nur ich glaube auch in der luft so hittet alter komm jetzt weg komm weg du jetzt direkt dankeschön hey ich glaube ich kann ich die vielleicht macht ja es ist auch wenn jemand so eine challenge macht no sneak challenge wer ist wer bin ich da bin ich nicht die frage da fliegt jetzt mal dankeschön okay alles klar das war mein best sehr schön ach das war jemand schon anders die scheiße ok und jetzt auf der map caravan ich bin team geholter steht da drin das ist einfach ein fernseher da steht einfach im fernseher alter beim autofahren schaut er einfach fernseher alter ich krasser dude ich muss auch sagen dass pvp skill level finde ich immer auf bad wars ist nicht so hoch wie auf 3 was muss ich also sagen da kann man die leute viel besser weg kommen boden finde ich also wo ist mir so aufgefallen bisschen in letzter zeit weil ich ja sehr viel sky wars gespielt habe und jetzt wieder bad wars oder ja gut okay komm schon hat er noch schon was ja okay der hat noch beschäftigt er war noch beschäftigt sein bett einzubauen hat ihm jetzt eigentlich nicht mehr so viel gebracht bei orange auch noch niemand ich komme ich gehe einfach hier jetzt gegen den uhrzeiger sind die ich jetzt einfach mal so ein bisschen rum hier ich jetzt einfach dazu die kiesl über weil er scheint ja so ein klasse typ zu sein sonst habe ich seinen namen schon ziemlich oft im chat gelesen jo ah deswegen alter dude ich habe aufnahme ich habe einfach aufnahme du opfer als ob man damit wäre das dann auch wie sie aber ich meine wieso wieso hackt man das ist jetzt einfach mal die geno ist auf jeden fall gestorben aber es hilft ihm alles sind jetzt nicht mehr seine hacks ausmachen weil das natürlich mit dem reporten immer so er kann es kann einmalige sache gewesen sein und er hat es trotzdem getan aber es wird danach nicht mehr auffallen weil es dann ist los mit ihm steht jetzt immer weiter zu dumm ist aber es kann also wenn man aufnahme hat dann ist safe weil dann hat man es im kasten und dann müsstest du jetzt hier kommen dann pc zerstören und verbrennen und dann privatisieren und dann wäre es vielleicht auch etwas anderes aber ich glaube nicht dass das passieren wird ich werde es war versuchen alter ich habe mich alter was mir hat passiert man aha was habe ich mir in der hand gemacht dies voll zerkratzt fällt mir dazu auf ich klick sagen dazu natürlich alter aber was habe ich getan die werde es mal schauen ob er seine hacks ausgemacht hat ich bin mir nicht ganz ich hoffe dass ich aufnehmen ja tue ich sehr schön das werde ich bitter gewesen wenn ich aber ich habe das schlecht man kann ihn halt auch nicht untergeboxen oder so schaut euch das an man schaut euch das anschaut euch diese missgeburt alter schaut euch diese missgeburt an er wird dennoch sterben das ist einfach nur traurig er kann mich durch den block durchschlagen was denn los mit ihm er kann einfach durch den block durch hinten sehr schön nein nicht der block nicht der block sehr schön okay jetzt ist ein bedarf selbst ich habe mal ab hier ich habe mich schon nicht bevor ich sterbe vorher vorher respawn alter endlich ist dieser spacken down ich meine leute wieso und es wird mir auf immer in bedwurst also in skywars habe ich jetzt noch ich glaube ich in skywars habe ich noch nie ein hacker gesehen noch nie oder doch doch habe ich glaube ich schon mal aber dann sind es halt so sachen wie nur noch weg aber der hatte ja er hatte ja alle sachen an er hat er hatte nur noch weg dann hat er auch kill oder an habt ihr dann seine welt gesehen da hat er noch an dass er mich durch den block durchschlagen kann das habe ich auch noch nie gesehen dass sie dass es gibt dass man durch den block durchschlagen kann aber er hat ja ist das dein fucking ernst es ist denn zweite hecker dieser runde als ob das kannst du nicht erzählen oder dahin wieso ich habe einfach mit dem knockback stick auf ihre eigene plügel da war es juckt ihn überhaupt nicht so heißt ja auch sicher so schade meint ich kann es mir bett aber okay der will raus aus der runde es ist rot die kommt der tipp ist zu mir meine bänder das ist nicht weit genug da ist aber er hat keine bogen skills wie ich hier feststelle geht zu mir wird noch nicht gegangen aber ich glaube das wird noch kommen dann kann er mich wohl doch bekommen ich jetzt einfach noch mal probieren bei dem typen da hey wie kommt dann ist darauf wie kommt dann ist da weiter erst mal noch also leute ein bisschen werbung machen geht auch immer weil er schon so dumm fragt kiste da habe ich ihn getan ja direkt wirklich er hat auch schon gemerkt so ich werde es einfach noch mal zum hingehen ich werde aber noch mal wecken easy aber ich weiß nicht aber er wurde getötet ach ich habe jetzt überhaupt keinen bock mehr dagegen die hacker zu spielen wieso müssen immer hacker in der runde sein scheiß hacker sollen sich in arsch ficken bumm sich jetzt weg der wird mit den ohren schlackern manche werden es vielleicht wieder sagen der hat gesneakt da bekommt man weniger knockback das stimmt ja aber man bekommt nicht null prozent knockback dass das stimmt schon dass man da weniger noch bekommen dann sagen auch immer viele oder hackt nur wenn man ein bisschen wenig nicht so stürmt der immer im knockback bekommt aber es ist nicht so dass man keinen knockback bekommt er spawned da oben war auch nice ich brauche mich jetzt einfach mal lieber hier hoch weil ich so ein bisschen angst habe dass er mich gleich runter box und da habe ich keinen bock drauf weil ich will ihn eigentlich ein bisschen straf erzielen und bisschen sehen dass er so ich hackt er ist gerade noch ein bisschen afk gab wieso schießt er denn jetzt auf mich die opfer ich hab dir nichts getan ich will doch mit den blauen schwarzen auslöschen ja jetzt aber gut hier einfach mal wieso tut er das wieso bin ich hier das ist voll dummen leuten mit geistigen defiziten oder nein was wie heißt das noch mal mit defiziten schwerpunkt geistige entwicklung oder so jetzt muss ich mir hier echt so eine behinderte wand bauen man so also leute der hat definitiv kein knockback bekommen ihr habt gesehen bringt auch gar nichts den jetzt irgendwie zu schlagen oder so es braucht sich jemand das ist glaube ich afk gegangen ich habe zum glück noch mal einstellen jetzt schauen wir einfach mal hier ok leule bekommt wie schlecht ist das denn ich glaube der ist gar nicht afk ich glaube der tut nur so so sieht knockback aus also das muss man schon sagen so sieht knockback aus haben wir auch bisschen was dazugelernt war auch wenn er jetzt noch bei kate er hat auf jeden fall ist nicht gesneakt und das heißt er hätte ganz normalen knockback bekommen müssten wie ein ganz normaler meinschaftsspieler das eben tut und es war noch dieser liga ne typ sie hat gleich mein bett glaube ich wenn ich jetzt alles richtig gesehen habe naja war auf jeden fall eine ganz interessante runde muss ich sagen bis jetzt ja jetzt portet er sich gleich zurück komm schon ich muss es noch schaffen bevor da ist stärketank ich hoffe halt einfach stärketank leute ja ich habe ihn gemacht gg ok ja schreibt gar nicht ich hacke alter richtig nice hendrik thomas ich hatte einfach nur ich hatte einfach den stärkern in der kiste gelassen und ich habe die lunde sogar noch gewonnen mit zwei hackern naja wenn euch diese lunde gefallen hat dann könnt ihr ja mal gerne einen daumen nach oben da lassen würde mich auf jeden fall sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschau 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 tschau